so leute es geht weiter mit crash also nein ich dachte jetzt ja ich würde mal sagen es geht weiter und wir waren nicht von uns dran du warst jetzt versuchen wir es hier ich glaube das wird nicht so schwer hoffe ich war gut und gelegt oder warum ich auch immer weiß ok hier kommt jetzt ein spiel oder was wir machen so weiter konzentration ok es ist auch mal gerade erwartet also da bleibt nicht für immer so ja das ist ziemlich gerade stumpf hier und hier wir schon zelt freund okay dann noch immer so ja es habe ich gar nicht gerade gemerkt wir warten wir warten wir ich glaube nach links kommt auch nach rechts dieser verdammte leg was ist das denn hänger bänger bänger woher nicht gespeichert ok wir das wohl ist ja gerade so leben ja was machen wir dann muss ja das noch neu machen vielleicht schaffen ist ja irgendwie ich weiß einfach mal hier jetzt ja aber ich hab bisschen sehen wir dich ja trotzdem ich wollen ja okay noch ein leben nein das ist es ja das letztes immer wieder gesammelt oder nicht ja aber die haben wir jetzt gerade alle verloren ey man ja wir haben so wie kannst schon mal von der empfangen würde ich mal sagen ja wir machen es ist am besten machen continue und wir müssen verstehen dass wir von hier anfangen müssen ja wir müssen wieder slippery klein wochen aber ja unsere hast du schon aber ich würde mal sagen wir sehen uns gleich wieder wenn wir halt bei dem anderen erwähnt aber leid aus dass ich mal bis gleich so es geht weiter ja jetzt haben wir bis hierhin geschafft also ja muss dieses level ging grad ziemlich schnell vorhin ja aber wir schon eingeübt waren und das halt konnten und ich würde sagen ja wie schon gemacht hier jetzt weiter ok ich hab's vergessen bin einfach geschwungen also war das ihr glück was ich gerade hier geschafft habe ja ok jetzt haben sie kurz hier leben ja das ist der beweis dass wir wenig dass wir da schnell geschafft haben durch unser leben dass wir halt da viel bekommen haben ok das ist ja knapp erstmal nur um das hier was ist das hier ach da war ein gegner ach da war ein gegner ach ok ok erst mal das hier und dann das hier ja kam wo oh das ist ja wirklich knapp ja leck schön bei manchen stellen kann man auch an der seite springen als wenn du äh sag mal ich kenne das das ist ja eigentlich so ein fehler hier aber ja ich glaube es ist besser für dich ja es kommt einfach einfach da würde man einen eh bestellen ja gut vergang nein 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 ich habe es geahnt hier ach verdammt er gerade zu konzentriert und dann ja warte 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 nicht dass du gleich ein fehler wie ich muss einfach so drehen das hat knapp da kannst du auch gleich rennen ja so weit so gut ja so ziemlich ich hoffe kannst du das wird schon doch noch sich noch genug finde ich schränke 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 das war doch knapp endlich wie das auch auch wenn es nicht so lange dauert hat das ging schon ja es ist so schlimm ja ich kann wieder hoch nicht ich habe doch nicht das gelbe diamant findest du aber dann müsste doch andere diese nein ich hab diese diese köpfe dingswuchs das ist ja bei vortex wir brauchen das vortex köpfe das hat gehangen mal wieder Ah, wirklich. Oh, verdammt. Spinnen. Okay. Ich finde solche Level gar nicht so schlimm. Ah, hier wieder. Kannst du auf die Plattform schauen, weil wir nicht rausgehen. Ja. Okay. So. Leben, leben. Okay. Achso. Ich glaube, ich habe hierbleiben. Okay. Und springen. Die kommen schon auf die Fledermäuse, wie immer. Okay. Warte mal so. Warten wir noch, bis sie kommen. Vielleicht kommen die nicht mehr. Ja, könnte ich mir echt gut vorstellen sogar. Achso. Oh, das habe ich gerade falsch gesehen. Hm. Okay. Ja, machen wir. Ja. Ja. Okay. Einfach so, oder? Hm. Ich weiß es gerade nicht. Nein. Nö. 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 Egal. Ich mache einfach. Oh. Die kommen ja. Da. Das ist der Schlüssel. Also. Wir kriegen den Schlüssel. Das ist ja wieder Vortex. Okay. Kann wirklich sein. Ja. Kann wirklich sein. Oh. Und noch ein Bonus-Level dazu. Okay. Das ist gut. Ja. Bei welchen Level kannst du mal drei Stimmen? Also. Einmal Vortex. Einmal D. Okay. Also. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay. Ja. Bisschen bisschen. Okay. So weit. So gut. Würde ich mal mal noch. Aber ich glaube die Vortex kriegt man auch ohne. Ohne die Steine zusammen. Finde ich. Denke ich. Denkst du dass man diese Steine beim links bekommt? Wenn man diese Bonus-Level macht? Weiß ich gerade überhaupt. Achso. Du meinst diese ähm. Ja. Kann gut sein. Wirklich. Ja. Oh. 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 Okay. 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 So weit. So gut. Wir haben ein Vortex. Wir haben nicht so viel Leben verloren. Wie man hier schon so. Äh. Oh. 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 Ich wusste gar nicht. Ich muss da hin springen. Blöd. Einfach nur blöd. Nein. Das war so. Okay. Okay. Ja. Ey. Ey. Wenn das nicht so hängen würde würde ich es schaffen. Ehrlich. Warum? Blöde spielen ey. Blöder PC. Nein. Du musst. Du musst weiter nah rangehen. Warte. Warte. Näher. Also hier so. Hier zum Beispiel so. Hier. So nach an. Oh mein Gott. Drehung. Da sind gerührt. Das hat es verscheiden. Ja. Drehen. Oh. Jep. Okay. Warten. 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 Okay. Betten nach rechts könnte man hin. Und was war betten? Rechts. 未se. links von richter wenn wir davon abfüllen ich mache das einfach wenn wir halt ja also ich glaube noch ich glaube ich habe noch und ich glaube ich glaube wir müssen nach links ich glaube wirklich wir müssten nach links um vortex zu bekommen ehrlich kann sein ich weiß nicht nein mein leben oder ja ich wollte auch ganz unten ist noch und noch zwei leben doch automatisch achte man es nicht gezeigt hat der wegen ja in unsere unser fortschritt ja ach so ich habe noch okay ich kann nicht darauf achten okay ja vielleicht noch nachgucken was es da links war warte wir haben wir haben glaube ich elf minuten da wegen der vorwarnung für zwei drei minuten okay ich mach nur noch versuchte er versucht man es einem level zu machen ich habe was ja okay ich glaube wenn wir sagen der letzte stelle ich glaube dass der vorletzte part jetzt hier kann seine vielleicht gleich aber auch nicht ich weiß ja nicht wie lange es heute gibt aber du musst runter ja du musst runter ich weiß ich weiß ja ich wollte ist ja klar dass du da nicht so klar ach das war das level oder sofort überspringen also wenn man diesen diamanten siehst du man kann nicht auf die rausschrein ja aber ich glaube so ist ich glaube so oder so schafft man es nicht das ist wirklich recht komisch ich habe muss da wirklich warten auch wenn es aussieht als ob ja es unmöglich aber mal gucken einfach so sagt ja genau so weit ich das siehst du hat doch geklappt aber das muss vielleicht eine andere möglichkeit geben wir haben es geschafft und endet ich dachte einfach okay es soll okay es kann natürlich das hätte ich nicht jetzt wirklich genau war ja ich wusste es geschafft einfach einfach runter und dann nicht springen also sehen natürlich ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht das ist ja so gut gemacht so 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 was haben denn ich verstehe das ist ja nicht schrecklich ich bin ja genau jetzt nach hinten so ich bin ja ich bin ja cut machen ich würde sagen ja hier so scheinlich wir sehen uns im nächsten part hast noch was zu sagen